Herzlich willkommen bei WetterOnline. In den nächsten Tagen ist das Wetter mal trist, mal freundlich mit Dauerfrost im Nordosten. Meist bleibt es trocken mit wenigen Ausnahmen. Am Mittwoch sieht der Himmel oft grau aus. Am ehesten zeigt sich die Sonne von der Nordsee bis nach Niederbayern. Meist bleibt es trocken. Ein paar Schneeflocken sind anfangs etwa südlich der Donau und vielleicht auch ganz im Westen nicht ausgeschlossen. Über der Ostsee ziehen einzelne Schneeschauer hinweg, die mal die Küste streifen. In der Nordosthälfte gibt es Dauerfrost, in Stuttgart geht es dagegen bis 6 Grad hinauf. Der Donnerstag wird der kälteste Tag der Woche. Dabei wechseln sich verbreitet Sonne und Wolken ab. Am freundlichsten sieht es an der Küste sowie im Süden aus. Von Köln bis Berlin bleibt es dagegen wolkiger. Ab Freitag steigen die Temperaturen wieder etwas an und die Sonne ist häufiger dabei. Auch am Wochenende hält das trockene und oft auch sonnige Wetter an. Unsicher ist vor allem der Samstag, wenn ein Höhentief vielleicht doch etwas Regen bringt.